So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Yoshi and the Element Stars. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Da habe ich ja vorher gefailt gehabt, hier in diesem komischen Level. Und ja, wir sind hier bei einem Custom, bei einem SMBX Custom Game vom TKJ-07. Und bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit dem Hack, außer dass ich hier natürlich irgendwie Probleme habe mit sämtlichen Spin-Jumps und ja, mit Feuerspeinen, Blumen und keine Ahnung. Äh, okay. Ah, scheiße. Ich fluche nicht, nein. Das ist scheiße, weil ich musste der Bombe ausweichen und dann habe ich wieder verschissen. So schön die Musik auch sein mag. Ein Leben geht nach dem anderen flöten. Und ich habe darauf ehrlich gesagt keinen Bock, dass das passiert. Oh, die geilen doch nur darauf, dass sie mir Schaden zufügen können, hier die Teile. Ja, super. Super. Ja, er ist tot, aber er kommt wieder, oder? Oh, nicht lecken, nicht lecken. Oh, jetzt hängt das Bild wieder. Wartet mal kurz, Leute. Ja, super. Oh, was ist das denn für ein Scheiß? Oh, was ist das denn jetzt? Oh, ja, ja, ja. So, wartet mal kurz, Leute. Oh, das erschwert mir das um einiges, dass das hier nicht so perfekt funktioniert. Komm, nach oben gelotst. Wenigstens ist dieser Trottel weg, aber der da oben, der macht mir das Leben auch nicht gerade einfach. So, jetzt schieß einfach mal zweimal, genau. Nein, 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 nein. Ich habe falsch gedacht mit der Taste. Scheiße. Jetzt darf ich den Scheißsaal wieder machen. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal durchkomme. Es wird mir leid, dass ihr das tausendmal sehen möchtet. Es hängt, es hängt. Oh Gott. Ah, ja, der hat mir nachgeschossen. Mann, oh Meter. Ich gehe noch Game Over hier drin, ich schwör's euch. Ich könnte jetzt irgendwo Leben fahren, aber es ist ja auch lame. Das macht man nicht. Tja, wir müssen das irgendwie hinbekommen. Ich weiß auch nicht, ich habe in so manchen Sachen einfach meine Probleme. Wie bei dem einen komischen Endbuster. Da war das auch nicht gerade nice. Wenn ich es hier auch aber nicht so rucklen würde, wenn ich da einfach nur mal spielen könnte, da würde ich ja auch nichts sagen, ne? Aber anscheinend weiß ich nicht, warum. Ich finde hier ist es sogar noch bescheuerder, wenn der Yoshi so groß ist, weil irgendwie... Ja, da werde ich doch immer getroffen. Und es leckt. Einfach hoch, einfach hoch. Warum leckt es denn? Oh, einfach nur mal... Ah, nicht sterben jetzt! Oh Gott, hätte ich da jetzt was aktivieren müssen? Weiß ich nicht, aber den habe ich doch jetzt aktiviert. Oh, wenn ich sterbe, muss ich da den ganzen Scheiß nochmal machen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Scheiße. Scheiße. So, was kann ich denn hier mitmachen? Den kann ich schon mal töten. Alles, was weg ist... Ach, ich muss hier wieder sowas bauen, ne? Ich muss einen Weg nach oben bauen. Kann ich die eigentlich auch da, wo ich bin, ablegen? Ja, kann ich. Okay. Es wäre nett, wenn jetzt nicht sowas allzu schweres kommen würde, damit ich nicht das alles wieder von vorne machen müsste. Das wäre nicht nett. Ha, ich habe ihn durchgeglutschtes Wasser, okay. Ist ja auch nicht schlecht, aber... Theorischerweise müsste das schon reichen. Ich nehme das mal mit. Ich habe keine Ahnung, ob mir das was nützt, aber... Na, den kann ich nicht... Nee, das bringt nichts, ne? Ach. Okay, so kann ich den vielleicht. Oh, du... Du bringst mich jetzt aber nicht um, oder? Und nochmal eine Sirene im Hintergrund. So, was muss ich denn hier machen? Also nur Münzen? Okay, bitte nicht zu schwer, bitte nicht zu schwer. Warte mal, was ist denn da drin? Ist da vielleicht irgendwas Schönes drin für mich? Bitte ein Pilz. Nein, ist es natürlich nicht. Kein Pilz. Ah. Nehme ich das mal mit? Chipchipfisch. Kann ich den einfach so berühren und dann geht der vielleicht kaputt? Ja, sehr schön. Ah, der hat sogar mehrere. Oh, ist das genial. Ich habe mehrere getroffen, zwei Stück. Besser wären sieben auf einen Streich, ne? Und bei dem letzten wäre ich doch wohl... Oh Gott, der letzte ist aber scheiße platziert. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn... Ja, folgt der mir auch noch, oder was? Ja, sicher, ne? Soll ich denn da bitte durchkommen? Kannst du mir das mal verraten? Warte mal, du gehst nach oben, ne? Scheiße, scheiße. Dann durch, 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 durch. Okay. Das ist aktiviert. Ja, und jetzt habe ich leider... Was ist denn, wenn ich da rein... Kann ich da eigentlich nochmal zurück? Ne, da kommt kein Pilz mehr, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ne, wahrscheinlich nicht. Da komme ich nicht mehr durch, ne? Hm, ich bräuchte einen Pilz. Ich bräuchte einen Pilz, muss ich ehrlich zugeben. Da hättest du auch noch einen hinbauen können. Da wären es drei gewesen. Oh, bitte nicht sterben jetzt. Wo bin ich denn? Ah, eine Feuerblume, eine Feuerblume. Ich siege alle Feuerpflanzen. Ach du Scheiße, okay. Ich nehme noch als Vorrat so ein Teil mit. Das ist sehr schön. Oh, scheiße, scheiße. Nein, nicht sterben. Bitte nicht sterben. Die letzte Aufgabe... Was ist denn das? Das sehe ich gar nicht. Dieser scheiß Balkennerv da. Mann! Ich bin so dumm! Ah! Weißt du was? Ich gehe mal von der anderen Richtung. Vielleicht bringt mir das ja mehr was. Ich finde es nur unfair, dass die scheiß Feuerpflanzen da durchschießen können. Die habe ich schon mal. Jetzt kommt nur noch diese alte Kräuler da hinten. Ah! Ah! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Schnell was holen! Zum Glück bekommt man dann immer wieder so eine Pflanze. Oh! Okay. Getötet. Also ich muss echt zugeben, diese Feuerpflanzen sind glaube ich meine schlimmsten Gegner irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich komme denen nicht so klar. Ja, ist klar. Nicht sterben! Nicht sterben! Oh! Mama! Da schreie ich auch, weil ich da so angespannt bin. Ich weiß, dass ich oben als Reserve noch eine Blume habe, aber bis ich die bekomme, ist bei mir ja immer Weihnachten, weil ich das nicht so auschecke. Komm, komm, komm! Mach jetzt keinen Scheiß! Ich muss ja nur die Feuerpflanzen besiegen, ne? Von den anderen Teilen war doch eigentlich gar keine Rede, oder? Komm, 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 komm! 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 Komm, noch einmal ablenken. Komm! Und jetzt mache ich dich fertig. Ah! Oder auch nicht. Komm, komm! Näher dran, oder was? Ja, und jetzt? Kann ich da rein? Nee. Hä? Achso, das ist ja schon hier, ne? Ja. Okay. Ah! Jetzt habe ich den natürlich bescheuert platziert. Oh Mann! Ich bin so dumm manchmal. Ganz gechillt. Ganz gechillt. Den können wir doch jetzt einfach mal... Einfach... Nein! Aktivieren, bitte. Und jetzt da reingehen. Und jetzt? Ah, jetzt sind die ganzen Wege hier frei. Ja, und was passiert jetzt bitte eine Mitte, oder? Keine Mitte? Ach du Scheiße. Hä? Wo muss ich hin? Ja! Was? 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 Swamp. Ja, da kann natürlich im Wasser keinen Spinschamp mehr machen. Das ist ja klar. Das ist ja mehr als klar. Oh, fuck. Ich muss ehrlich zugeben, das trollt mich hier. Oh, die kann man natürlich auch nicht töten. Oh, das explodiert hier auch noch. Komm, geh einfach nach oben. Nein! Das schaffe ich natürlich nicht. Ich trottel. Oh, ich will diesen ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Das kannst du mir nicht antun. Komm, 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 komm. Oh, Mann. Was ist denn da noch jetzt? Was ist das denn für eine... Was ist das denn? Einfach unten drunter, bitte? Wie komme ich denn da jetzt bitte hoch? Ach so. Kannst du mit mir sprechen? Da ist der Quäki. Oh, ein Yoshi sagt bloß, du wirst zu Kamek. Ja. Ach so. X-Balance. Balance erzählt die ganze Geschichte. Na, wenn das so ist, möchte ich dir einen Teil meiner Kraft geben. Dieser Schuh ist mancherfest. Oh, danke. Oh, wo kriege ich den Schuh? Ah. Jetzt muss ich erstmal kurz auschecken. Wie kann ich denn das... Okay, ich kann einfach ganz normal drüber laufen, oder? Oh, danke schön. Oh, danke, dass ich einen Schuh bekomme. Oh, ich bin so aufgeregt gerade. Aber bekomme ich dann nicht irgendwo mal eine Mitte oder sowas? Und nicht mal ein Item hier? Hier ist so ein verstecktes Item machen kann. Dann gehen wir mal da rein. Oh, die Mitte. Danke und ein Leben. Dankeschön, Tommy. Danke. Also, wir brauchen hier anscheinend noch den Schuh. Ah, der ist auch hier fest bei den Blumen, ne? Sehr schön. Sehr. Das gefällt mir. Okay. Wow. Oh, ich hab... Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Wie kann der denn hochspringen? Achso, der kann... Warte mal, wenn ich das aber hier gedrückt lasse, ist das irgendwie fail, ne? Oh, Mann. Das gibt es doch nicht. Ich komm mit dem Schuh jetzt auch nicht klar. Ich hab... Das war, glaube ich, die größten... Nein. Ich lasse es doch gedrückt. Aber wenn ich jetzt hier gedrückt lasse... Warte mal. Hä? Ich verstehe das hier nicht. Ah, okay. Also, es springt auch ein bisschen anders von der Game Physik her. Ach du Schleiße. Jetzt brauche ich noch einen Boss oder was? Ist hier los? Du kannst aus dem Schuh springen, wenn du die alternative Springtaste drückst. Ähm. Das ist die da hier, okay. Muss ich jetzt aus dem Schuh raus, oder was? Achso, das ist wie beim Yoshi abspringen, ne? Na, ich bekomme hier wenigstens nochmal einen Pilz. Ah, und einen zur Reserve. Was muss ich denn hier machen? Ach du Schleiße. Balance, du magst zwar einen Elementstern haben, aber damit ist nun Schluss. Wusstest du, dass ich einen grünen Daumen habe? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Kommt hier nichts raus, oder was? Ah. Das ist ein Shy Guy, okay. Wow. Wow. What the heck? Was ist denn das hier für ein Endbuss? Die Idee gefällt mir mit dem grünen Daumen und dieser Sache da. Ah. Muss ich den jetzt dreimal treffen, oder was muss ich denn da machen? Also ich gehe doch mal davon aus, dass ich den überhaupt treffen muss, oder? Weil zu den anderen Teilen komme ich ja sowieso nicht hin. Aber, oder prallen die da ab? Hä? Mache ich das richtig? Ich verstehe das nicht sogar. Irgendwas passiert aber, hä? Oder muss ich da irgendwie hoch, oder? Hä? Das macht gar nichts, oder? Achso. Oh, Scheiße. Ne, auf den Boss kann ich nicht drauf. Weil das ist nur, ähm... Das ist ein Boss. Das ist nicht so eine normale Pflanze. Ich probiere das einfach weiter. Ich habe nämlich gar keinen Plan jetzt, was ich da machen soll. Oh, zum Glück kriege ich hier mein Leben, ne? Aber jetzt darf ich diesen Scheiß wieder machen. Meine Freunde sind das hier. Ja, ist klar, Leute. Ah, da oben ist dann eigentlich ein Pilz, ne? Na, na. Ah, jetzt verstehe ich das hier mit dem Springen, okay? Sehr seltsam. Weil ich kann doch hier nicht mit dem Schuh drüber. Hier muss ich ja raus. Von daher, hä? Also, ja, mach deinen grünen Daumen hier. Und dann... Also, Fakt ist einfach, dass ich oben diese doofen Pflanzen nicht berühren kann. Die sind ja eingeschlossen. Ich muss das da drauf. Oder muss ich das weiter Rinder werfen? Auf sein... Auf sein grünes Zeug. Auf seinen Stiel, oder was? Ich lasse es einfach mal... Na, okay. Das war dumm. Jetzt läuft er da rum. Na, super. Das habe ich ja geschickt gemacht. Not. Ich glaube... Weiß ich nicht. Ich treffe ihn jetzt einfach mal ein paar Mal. Vielleicht muss ich ihn ja auch zehnmal treffen. Man weiß es ja nicht. Muss ja nicht immer dreimal sein. Obwohl mir das schon ein bisschen unrealistisch irgendwie ist. Also, es kommt immer ein Shy Guy raus und... Vielleicht... Keine Ahnung. Ich mach einfach... Ich probiere einfach weiter mein Glück. Weil ich sehe hier gerade keine andere Möglichkeit. Ich habe keine Feuerblume. Ich kann nichts abschießen. Ich kann mit dem Shy Guy eigentlich... Ja. Nur dieses Teil abschießen, weil... Sonst verletze ich mich ja auch. Ich kann mich mit dem Shy Guy selbst verletzen, ja. Das könnte ich machen, aber... Irgendwie hört es sich aber so an, als würde der einfach nur abprallen, der Shy Guy. Also, als würde der irgendwie gar keinen Schaden machen. Ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen... Wartet mal. Ist da nicht was? Hier in der Mitte? Oh, jetzt habe ich mich natürlich selbst getroffen. Ich trottel. Wieso kommt denn der wieder zurück? Der kommt immer wieder zurück. Nein, scheiße. Scheiße. Oh, das war so dumm von mir. Ich wollte gerade oben meinen Pilz nehmen. Aber in der Mitte, wo diese Mancha-Teile waren, das sah so aus, als wäre das so gestrüpft zum Rausziehen. Aber das kann es doch nicht sein, oder? Kann es doch sein. Das kann es doch nicht wirklich sein. Also, ich bin... Muss ich mal ehrlich zugeben... Oh, also hier fähre ich ja wohl mindestens immer einmal, ne? Irgendwie kann es sein. Also, irgendwie... Ja. Scheiße. So eine Scheiße. Yoshida, das üben wir nochmal. Oh, das üben wir echt nochmal. Jetzt sterbe ich auch noch. Na, 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 na. Zum Glück bekommen ich immer noch Leben. Es tut mir leid, wenn die Parts anscheinend immer länger werden, aber... Am Schluss kommt immer sowas, was ich nicht kapiere anscheinend. Oh, das ist doch eigentlich... Ganz einfach. Ich wette mit euch, wenn das zum Beispiel der Final Let's Playt, der kommt dann mit einem Ruck durch, weil er auch einfach geübt ist. Ja, komm, du Scheißteil. Ich ringe mich nicht auf. Nein. Vorhin hatte ich das jetzt doch drauf. Ah, jetzt glaube ich, weiß ich wieder, wie es geht, aber ich hätte von weiter oben einfach abspringen sollen. Ich weiß es jetzt und... Mann, ich checke das nicht. Warum muss man diesen Abfuck eigentlich immer wieder machen? Ja, man kommt nicht gescheit hoch, weil der Schädel im Weg ist durch den scheiß Schuh. Ist das hier so bescheuert gemacht. Also langsam habe ich keine Lust mehr. Ich komme da nicht mehr hoch. Mann, immer wieder der gleiche Fehler. Was ist denn das für eine Scheiße? Gleich rege ich mich echt extrem auf. Oh, das springt nicht immer... Oh, immer der gleiche Scheiß. Unfassbar. Jetzt drücke ich mal eine andere Taste gleich. Nur die Sprung. Wenn ich nur zum Beispiel die Sprung-Taste drücke, dann geht gar nichts. So. Oh, Mann, ey. Oh. Ganz ehrlich, das ist scheiße gemacht. Ja, da rege ich mich auch auf, weil es voller Scheiß ist. Mann, wenn man das nicht kann, dann ist es scheiße einfach. Ja, jetzt kommt gar kein Schuh mehr, oder was? Na, das ist ja auch... So kann ich auch nicht hüpfen. Also, wir gehen das mal ganz locker flockig an. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Oh. Oh. Das war meine Schuld. Ah, der springt auch nur gerade so hoch, wie er soll. Da springt er nämlich gar nicht, komischerweise von der einen Pflanze. Obwohl ich das gedrückt lasse, die Taste. Ich muss Sprung- und Renntaste auf einmal irgendwie drücken. Oh, immer der gleiche Scheiß. Seht ihr, was ich meine? Ich denke mal, der springt, deswegen drücke ich nach rechts. Dabei sprang der noch nicht und dann... Komm, spring hoch. Komm. Ja. Du kannst es auch mal. Leute, ich darf mich nicht aufregen, mein Herz. Jetzt kommt wieder dieser Endboss. Okay. Ganz chillig. So, mir leid, falls ich mich gerade aufgeregt habe. Aber... Ja, ja. Ich möchte es jetzt nochmal beobachten. Hier drin sind noch solche Teile. Hier. Seht ihr das in der Mitte? Hm. Weiß ich nicht. Ob das was zu tun hat. Ja, Mann. Wieso prallt denn der auch immer ab? Das ist so unrealistisch gemacht. Das heißt, ich kann den gar nicht hier fallen lassen, oder was? Das macht dem nichts. Ich verstehe das nicht. Der kann ja am Boden laufen. Habt ihr das gesehen? Aber der läuft dann einfach nur weiter. Was ist denn, wenn ich den da... Ja, doch, Mann. Immer wieder den gleichen Fehler. Ich will nicht wieder hier sterben. Komm. Da läuft er hier. Aber da unten ist ja noch irgendwelche Pflanzen, oder... Geht das erst auf, wenn ich das später schaffe, oder... Ja. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich hier austeste, aber irgendwie... Ja. Das war dumm. Ich weiß jetzt nicht, was ich da machen muss, aber... Wisst ihr was, Leute? Der Part ist wieder zehn Jahre lang. Ich versuche es einfach das nächste Mal mit abschießen. Tausend Mal. Sonst bleibt mir da keine andere Wahl. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Tschüss.